Guten Abend, Herr Heinrich. Wie lange können die russischen Verbände ohne eine Mobilmachung noch durchhalten? Ihre Verluste sind enorm zurzeit. Viele Grüße, Marcel. Danke, Marcel. Danke für die Unterstützung. Die Russen müssen eigentlich nur ihre Offensive einstellen und schon sind ihre Verluste wieder viel geringer. Wir sehen, dass sie ohne Mobilmachung offensichtlich in der Lage sind, ihren Bedarf mehr schlecht als recht zu decken. Sie haben keine riesigen Reserven, zumindest keine, die ausreichend sind. Sie haben offensichtlich Reserven gehabt, weil sie Aftifka angreifen konnten und dort eine Menge verlieren konnten. Sie haben immer noch genug, um dort weiter angreifen zu können. Also, dass sie keine Reserven haben, ist nicht der Fall. Aber sie haben nicht genug, um jetzt gleichzeitig jede Menge nach Kherson zu schicken und diese Brückenköpfe einzudrücken. Denn, dass sie sagen, das ist nicht nötig oder dass sie das gar als Falle konzipieren, um die Ukraine auf ihre Seite des Ufers zu locken, ist zwar vielleicht möglich, aber ich würde es nicht für über die Maßen wahrscheinlich halten. Von daher, alles was sie tun müssen, ist ihre Offensivtätigkeit einzustellen. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass vor der russischen Präsidentschaftswahl, wann ist die? Mai oder März? Russische Präsidentschaftswahl. Die müsste, die ist irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Die ist, ich weiß nicht, wer da das schon jemand gesagt hat. Ich finde sie jetzt nicht. Die ist irgendwann im Frühjahr. Vor der wird garantiert keine kommen. Schon allein, weil Russland, weil Putin zeigt, dass er den Krieg nicht zum Thema machen will. Er will den Krieg nicht zum Thema im Präsidentschaftswahlkampf machen, also kann auch keine Mobilmachung durchführen. Und offensichtlich ist die russische militärische und die russische politische Führung der Ansicht, dass man trotz der Unmöglichkeit, gerade eine weitere Welle mobil machen zu können, dass man sich trotzdem die Offensivtätigkeit leisten kann. Nun können wir sagen, die sind wahnsinnig und verheizen gerade das Letzte, was sie haben. Möglich. Oder aber sie sind zuversichtlich, dass sie sich das leisten können. Also ich glaube, sie werden weitermachen können ohne Mobilmachung. Denn sofern sich auf ukrainischer Seite nicht drastisch etwas ändert, ist alles, was notwendig ist, halt eine Stabilisierung der Front. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, für Russland ist ein längerer Krieg inzwischen nicht mehr das Problem. Es wird immer gescherzt, dass der Drei-Tage-Feldzug inzwischen bei Tag was 600 oder sowas ist. Aber jetzt, nachdem der schnelle Sieg gescheitert ist, ist es für Russland von Vorteil, wenn der Krieg länger geht. Denn je länger er geht, desto wahrscheinlicher ist, dass die Kriegsmüdigkeit im Westen zu einer Aufgabe der Ukraine führt und damit zu einem russischen Sieg. Die Russen müssen also nicht zeitnah die Ukraine überrollen. Es reicht völlig, wenn sie verhindern, dass sie aktuell verlieren. Denn solange die Front stabil bleibt und Russ, die russische Bevölkerung nicht leidet, weil eben Russland nicht Generalmobilmachung durchgeführt hat, das gesamte Land in Kriegswirtschaft gestürzt hat, also in totale Kriegswirtschaft, tut es den Russen nicht, der russischen Bevölkerung, die kann es in guten Stücken ignorieren. Und daher spricht, sagt ja auch Salushny, die Zeit eher für die Russen. Ich glaube nicht, dass wir bis zur Präsidentschaftswahl eine Mobilmachungswelle sehen. Ich würde es nahezu ausschließen. Es sei denn, wir würden einen plötzlichen, unerwarteten, riesigen ukrainischen Erfolg sehen. Und den sehe ich aktuell nicht. Und auch danach halte ich es für möglich, dass eine Mobilmachung ausbleibt. Übrigens interessant, das geht voll in die Theorien des Clubs der wütenden Patrioten, wo ich mal ein Video darüber gemacht habe vor, ich weiß nicht, im September oder so. Nee, noch viel früher. Sehr interessant, dass die Prognosen von damals recht hatten, dass eine scheiternde ukrainische Gegenoffensive eben zu einer Stabilisierung der Front führen würde und dann in zunehmendem Maße die Front eben sich stabilisieren würde. Wie dem auch sei, also ich erwarte nicht, dass die Russen aktuell mobil machen. Sie kriegen es wohl mehr oder weniger hin für den Moment. Wie lange das weiter funktioniert, ist eine andere Geschichte. Wie weit sie mit Druck auf Leute in den Vertrag zu unterschreiben. Irgendwann sind die Gefängnisse leer. Also man kann ständig Leute neu reinstecken, aber auch nicht beliebig viel. Und irgendwann ist jeder Migrant eingezogen worden oder hat sich verdrückt. Ich sage nicht, dass es für ewig so können, aber zumindest für den Moment sieht es nicht so aus, als ob eine weitere Mobilmachung bevorstehen würde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist, Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Wir sehen uns hier im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR, im Auftrag des WDR.